Boah, wie das abgeht? Also ich glaube, mein hat Pferdesteroid in den Beinen. Ja, aber du hast recht, lass uns erstmal zum Ding fliegen. Verkauf wir ihn dort und dann guck mal was wir dafür kaufen können. Gibt es Safe Trader? Ja. Genau in der Mitte. Fast in der Mitte. Ah, Starry wahrscheinlich, oder? Trader Safe, ne Gorka. Main Trader meinst du? Ja. Dann fliegen wir mal dahin. Nice man. 7 Kilometer. Ja. Also ich hoffe mal, dass er genug Sprit hat. Der Pferd ist so komisch, hörst du es nicht? Ja, ne ne, ich hör das nicht. Die Frontscheiben sind glaube ich kaputt, so wie das aussieht. Ich kann ja auch nichts erkennen an den Instrumenten. Wir werden sehen was passiert. Kollege. Die Frontscheime von so einem sanften Standortgrögen sind so gebraucht. Leider nicht, wozu braucht man das denn? Um ein Auto zu reparieren. Ah ok, gut zu wissen. Warte, dann liege ich hier auf dem Boden. Das kann ich nicht nehmen. Das ist natürlich so. Danke Jungs. Alter, wie geil ist das? Hast du hier so nen Private Stash, Alter? Dankeschön. Unsere Klamotten sollten wir vielleicht loswerden. Alter, was ist hier von Hochbetrieb? Was geht hier ab? Ah, wir können auch ein Fahrrad nehmen. Sechs drücken. Ah, die haben alles hier. Und dann rechts bei XM8 Apps. Ja. Base Building, Rules, Features, View Distance. Das ist View Distance. Ah, da kannst du auch sehen, wie weit, also die Weitigkeit einstellen. Das ist die Blue Bike. Hallo mein Fred. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Wir sind keine Gefahr. Ich will doch nur mein Fahrrad. Wir wollen nur hier, wie heißt die Ortschaft Gurka reinlaufen und mal ein paar Sachen finden. Oh, genau das ist auch mein Plan. Ja, dann rennen wir doch alle zusammen, oder? Ja, ich hätte nichts dagegen. Ey, wir haben mal nen Bus gefunden, ne? Fährt der? Bestimmt. Komm, Uwe. Niemand will fahren. Muss doch nicht fahren. Nene, das passt schon. Er bleibt's. Niemand will fahren. Niemand will fahren. Der Bambi-Bus. Der Bambi-Bus. Der Bambi-Bus. Ich hab nichts anderes gefunden. Wir haben noch nichts anderes gefunden. Weil... Ich hab ein Kopftuch. Bei dem grünen Haus da, da ist normale Kleidung. Die hab ich schon gesehen. Ah, okay. Dann schau ich mir das mal an. Ich hab ne Waffe. Der Treffer da. Ah, die Earblocks kann ich mal raus machen. Boah, gleich wieder voll laut. Hier unten. Genau. Okay, auf 4 kannst du die Waffe wegstecken. Kompletten Rends dann. Ja. Dahinten steht ein Fahrzeug. Oh, da ist jemand tot. Oh! Da renne ich hin. Der ist full equipped. Achtung, ich sehe jetzt anders aus. Ja, hier ist irgend so ein Magazin. Hätte er doch Ducktape gebraucht, oder nicht? Da hast du ein Fahrrad? Hallo! Woher hat er denn die Fahrräder? Hier liegt Ducktape, aber ich kann das irgendwie nicht aufnehmen. Kannst du das vielleicht aufnehmen? Du brauchtest doch Ducktape, oder? Oder ist das falsch hier? Ja, der war jetzt nicht von uns. Sucktape, oder? Ja, ich glaube das ist nur so. Ja, ich glaube das ist nur D. Hi! Schade. Hier liegt eine Waffe, äh so eine Sidearm, wenn du eine brauchst. Ne, hab schon eine. Okay. Dann nimm die mit, du kannst die bestimmt verkaufen. Ah, ich bin schon fast voll, pack ruhig an. Hallo! Sprichst du mit einem oder was? Dies Nutz! Ist der da, oder was? Hi! Hallo! Hi! What's up? You German? Ne, ich tue nur so. Okay. Ah, der leckte wie scheiße, wo ist der hin? Der wird halt auch Schüsse. Okay. Danke Pussyhunter. Wo ist der? Der bei der Scheune. Bei der großen lang? Bei dem Fahrrad, oder was? Danke! Danke! Danke, deswegen. Weckeróst! Oder wieso! Ich musste nur noch die Schüsseent Schritte geschauen. 外 Kitten Vieden inspirierabend, aber was auf die Schüsseenträtter geschaut hat, das war's amfesten eigen wundere Musik für ein Blueprint? The one in die links in bagel ist das hier. Ich bin ein we Troy! еперь bin ich住 hier. Ne, wir nach unten. So. Dankeschön. Das war killing my mate. Ja, nice try. Nice, nice. Ja, der hat uns hier gerade angegriffen, kannst du ein bisschen bedienen Nehm dir ruhig, ich habe Munition rausgenommen, ich legte dir gerade wieder rein Ja, der soll ja bei uns, war näher, wir lassen ihn essen So, ich packe mal alles wieder rein, was er in der brauchen würde So eine Kacke Wo kannst du jetzt raus? Ähm, hast du, warte mal, ähm, ich habe Duct Tape, ich leg das auch mal wieder rein Ja, warum warst du noch mal so viel? Ähm, hast 5175, warte mal, ich legte mir mal 4.000, wie viel ihr bekommt Also mach es einfach durch, äh, ja, äh, keine Ahnung, mach es einfach durch 2 Und gib uns einfach die Hälfte, also gib Hubabuba die Hälfte Wir spielen eh zusammen, das passt, und er hat auch das Geld Dankeschön, danke für euch eine gute Nummer Yo, yo, dankeschön, ne Dann zieht dich Tschö Yo, tschö 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 Tschö